Untertitelung des ZDF, 2020 Panzerschützen. Ostfront Heeresgruppe Mitte, 14.08.1941 Heute soll es gegen den Russen gehen. Meine Panzerbesatzung hat alles Notwendige erledigt und wir sind guten Mutes für die nächsten Angriffsoperationen. Der Auftrag, den unser Kommandant Oberfeldwebel Hansen für uns aus dem Kompaniebesprechungsraum mitgebracht hat, lautet Vorstoß zum nächsten Dorf Höhe 142 und Ausschalten von Widerstandsnestern. Trotz der Verluste der letzten Tage sind wir guten Mutes mit unserer Erika, ein Panzer III und der 3,7 cm Kanone etwas zu bewirken. Wir fahren ca. 3 km auf alten Feldwegen bis zum Bereitstellungsraum. Ein Offizier der Panzeraufklärer weist uns in die Lage ein. In ungefähr 5 km Entfernung soll ein kleines Dorf sein und scheinbar auch russische Soldaten. Aufgrund der Packgefahr wollten die Panzerspeher nicht weiter vorfahren. Also fächern wir mit 3 Panzern III auf und gehen in Keilformationen. Rechts und links wird mit gedrehtem Turm gesichert und unser Kommandant steht im Turmlug und beobachtet. Ich habe mein Auge an der Optik und beobachte den Vorausbereich. Zehn Minuten später knallt es auch schon und der rechtsfahrende Panzer, Besatzung Krause, bleibt liegen. Über Funk hören wir das es ein Kettentreffer im rechten Laufwerk war. Wir stoppen und versuchen die Quelle zu lokalisieren. Der Turm schwenkt nach rechts und angestrengt schaue ich durch die Optik. Die Baumreihe scheint verdächtig und im selben Moment bekommen wir einen Gehbeschuss aus dem Dorf. Die Geschosse prallen wirkungslos an uns ab, die beiden Panzerspehwagen haben damit schon mehr Probleme. Der linke Panzer, Besatzung Stroh, nimmt den Feuerkampf auf und zieht vor. Zusammen mit den Panzergrenadieren schießen sie Deckungsfeuer. Wieder ein Knall und diesmal ein Treffer bei uns am Turm. Uns klingeln die Ohren aber die Turmpanzer und der Winkel hat uns gerettet. Damit hat sich die Pack aber nun verraten. Ich gebe die Zielansprache durch und unser Kommandant gibt den Feuerbefehl. In kurzer Folge schlagen drei Granaten in das Geschütz ein und es rührt sich nichts mehr. Das Feindfeuer aus dem Dorf wird schwächer und wir können anfahren. Bis wir am Dorfrand sind haben die Grenadiere schon die Widerstandsnester niedergekämpft und heben nun die kleinen Russenhäuser aus. Hütten brennen und überall tote Russen in ihren erdbraunen Uniformen. Als der Feuerkampf vorüber ist schauen wir uns den Turmschaden an. Hat eine ordentliche Delle gegeben aber das Packkaliber war zu klein um durchzuschlagen. Als wir zurück am Gefechtsstand sind erzählen uns die Grenadiere von zwei weiteren Geschützstellungen mit den gefürchteten Ratschbum Geschützen. Aber scheinbar gab es dafür keine Munition und die Besatzungen sind getürmt. Glück gehabt, heute ohne Verluste. Tagebuch eines Panzerschützen Teil 2 Ostfront Heeresgruppe Mitte 16.08.1941 Heute war die Instandsetzungstruppe endlich fertig mit dem Turm unserer Erika. Ich hatte die Hoffnung, dass wir einen anderen Turm mit einer 5cm Kanone bekommen. Aber das sollte noch nicht sein. Also wird es nicht einfacher wenn wir wieder auf den T-34 treffen. Momentan ist es etwas ruhiger in unserem Bereich. Viele Flugzeuge am Himmel die gen Osten fliegen. Wir hören die Motoren brummen und in der Ferne die Explosion der Bomben. Zwanzig Kilometer hinter der Front sind wir wohl und warten auf die nächsten Befehle. Am Nachmittag soll es losgehen. Gewaltsame Aufklärung mit einem Panzerspehwagen PSW 222 lautet der Auftrag. Die PSW sind klein und schnell aber nicht gut gepanzert. Nun ja sie sollen auch nur aufklären und wieder Wind zurückkommen. Der Fahrer im SPW ist mein alter Freund Willi aus den Ausbildungstagen. Wir sollen als Aufpasser mit unserer Erika den Rückzug decken falls Feindkräfte unseren Spähwagen bedrängen. Aufgesessen und los geht's bis an die Frontlinie. Über Funk hören wir dass vor uns nur russische Infanterie liegen soll. Können aber sicher ein paar Panzerbüchsenschützen dabei sein. Also immer Obacht. Der PSW prescht vor und fährt ca 500 Meter voraus. Nach 2 Kilometer wendet er und kommt zurück. Wir schließen auf und weiter geht es ohne Feindkontakt. Ebenes Gelände mit kleinen Erhebungen und vereinzelten Baumreihen. Das Gelände steigt an und wir sind froh langsam auf die Anhöhe zu fahren ohne Feuer zu bekommen. Eine Buschreihe am Hang sieht verdächtig aus. Wir sehen unseren PSW langsam rückwärts rollen bis er mit uns auf gleicher Höhe ist. Unser Kommandant unterhält sich mit dem Kommandanten des PSW und wir werden in die Lage eingewiesen. Scheinbar ist hinter der Anhöhe eine Senke. In der Senke liegt eine Artilleriestellung und scheint sich sehr sicher zu sein dass sie weit hinter der Front liegen. Wir schätzen dass es ein halbes Artilleriegeräumt sein müsste. Über Funk rufen wir die Stukas die sich auch in 15 Minuten ankündigen. Trotzdem wollen wir dem Ivan den Rückzug verlegen und greifen an. Unser PSW umfährt die Senke weiträumig und nach zehn Minuten wird Leuchtkugel grün geschossen. Für uns das Zeichen durch die Buschreihe zu brechen und das Feuer auf den Gegner zu eröffnen. Die 3,7 Zentimeter Kanone und unser Bug MG halten dazwischen. Der PSW mit der 2 Zentimeter Kanone nimmt die Lkw unter Feuer und versucht den Rückweg zu blockieren. Ein heilloses Durcheinander von explodierenden Geschützen und Fahrzeugen, Benzinfässern und schreienden Russen, geschockt von unserem Angriff und mit wenig Gegenwehr versuchen sich die armen Teufel zu retten. Endlich kommen die Stukas und werfen ihre Bomben in die Senke. Wir bekommen ein paar ungezielte MG Gaben ab aber keine schweren Treffer am Turm durch die Russische Artillerie. Nach 30 Minuten ist der Spuk vorbei und was noch in der Senke am Leben ist ergibt sich und kommt mit erhobenen Händen auf uns zu. Aber den Russen ist nicht zu trauen. Vorsichtig klettert unser Funke aus dem Panzer und hält die Russen in Schach und nun heißt es warten bis die Grenadierer auftauchen. Jetzt steigen wir auch aus und gehen mit unserer MP den Russen entgegen. Grauenhaft was unsere Geschosse angerichtet haben. Über 200 tote und schwer verletzte Russen liegen in einem Wirrwarr aus Geschützteilen und zerschossenem Material. Unmenschliche Schreie die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ein Russe kommt näher heran und spricht uns auf Deutsch an. Er wäre Arzt und hat in Deutschland studiert. Er möchte seinen Kameraden helfen und wir erklären ihm, er kann mit seinen 20 Leuten die verwundeten Bergen und Abseits ablegen. Kurze Zeit später bittet er uns um eine Pistole um die schwerst Verletzten von ihrem Leiden zu erlösen. Unser Kommandant stimmt zu und übergibt eine Pistole und zwei Magazine. Die Auflage ist die Waffe und die Munition über dem Kopf zu halten bis er in der Senke ist. Dann kann er laden und tun was immer er tun muss. So kann er uns nicht gefährlich werden und wir haben genügend Abstand um nicht in Gefahr zu sein. Schuss um Schuss durchbricht die Stille. Rauchend schauen wir dem unwirklichen Treib zu. Als die Grenadierer auftauchen weisen wir den Oberleutnant in die Situation ein damit sie den Arzt nicht gleich erschießen. Mit rauchgeschwärzten Gesichtern geht es ein paar Kilometer zurück. Unser Gefechtsstand hat vorverlegt und wir haben einen neuen Bereitstellungsraum bekommen. Teil 3 Ostfront Heeresgruppe Mitte 20.08.1941 Die letzten Tage waren nur vom Vormarsch geprägt. Kaum Kampfhandlungen außer kleine Scharmützel mit den Russen. Im Nachbarabschnitt sind einige BTs durchgebrochen und haben versucht die Trosseinheiten zu vernichten. Doch unsere Infanterie hat dazwischengefunkt und vier der BTs mit Handgranaten kampumpfähig gemacht. Unser Funke Heinz hat sich am Fuß verletzt. Reicht nicht für eine Fahrt nach Hause aber er sitzt ja eh im Panzer. Es wird schon wieder. Das Wetter ist noch ganz passabel und man kommt auf der Rollbahn gut voran. Der Nachschub rollt auch noch gut mit. Wir dürfen nur nicht zu schnell werden damit die Versorgungseinheiten nachziehen können. Die weiten Landmärsche schmecken unserem Kommandanten gar nicht so recht. Das ist für das Material nicht gut scheint aber nicht anders zu gehen. Wir stoppen auf einer größeren Lichtung und warten auf weitere Anweisungen. Über uns sehen wir die Flieger kreisen und wir hoffen das es die eigenen sind. Leider nicht, es gibt Fliegeralarm und wir machen die Luken dicht. Da rauscht es auch schon heran und die Bomben landen zwischen unseren Fahrzeugen. Anfahren geht auch nicht, denn wir wissen nicht wer um uns herum im Dreck liegt oder unter dem Panzer liegt. Also abwarten bis der Spuk vorbei ist. Als es ruhiger wird schauen wir vorsichtig aus dem Panzer und sehen ein paar zerstörte Lkw und Kameraden die noch am Boden liegen. Ein junger Gefreiter liegt nur ein paar Meter von uns entfernt und ich greife in meine Sandtasche um ihm zu helfen. Als ich bei ihm bin sehe ich dass der Brustkorb aufgerissen ist und das linke Bein fehlt. Ich versuche das Bein abzubinden aber das Loch in der Brust scheint zu groß. Mit schreckens geweiteten Augen schaut er mich an. Wohl erst 20 Jahre alt der Knabe. Er versucht mir etwas zu sagen aber aus seinem Mund kommen nur Blasen und Blut. Das wird nichts mehr und ich halte ihn fest bis das letzte bisschen Leben aus seinem Körper geflossen ist und er die Augen schließt. Nicht der erste Kamerad in meinen Arm der fürs Vaterland gefallen ist. Aber es ist immer wieder schlimm das mitmachen zu müssen. Ich beneide die Sannis nicht und ich bin auch froh bald wieder im Panzer zu sitzen. Mit blutigen Händen sitze ich auf dem Turm und rauche bis es weiter geht. Acht Mann haben wir verloren davon fünf Tote und drei Verwundete. Wo war bloß unsere glorreiche Luftwaffe. Teil 4 Ostfront Heeresgruppe Mitte 25.8.1941 Es wird nicht besser für die Russen. Überall preschen wir vor und lassen die russischen Einheiten links liegen damit die Infanterie sich drum kümmern kann. Wir machen einen längeren Halt an einem Fluss und warten auf die Pioniere die den Übergang für unsere Panzer ermöglichen sollen. Die sind aber noch so weit weg dass wir uns erstmal auf eine längere Wartezeit einstellen. In dieser Zeit untersuchen wir die Uferböschung in beide Richtungen ob man nicht doch irgendwo durchfahren kann. Ein Unteroffizier der Infanterie bringt einen Russen zum mobilen Gefechtsstand. Dieser kennt angeblich eine Furt wo wir mit unseren Panzern rüber könnten. Mir ist der Fluss zu tief und hat auch zu viel Strömung aber nach kurzer Zeit ist die Führung überzeugt und wir machen uns auf den Weg in südliche Richtung. Nach ca. einer Stunde Landmarsch kommen wir an eine Stelle die zwar nicht wie eine flache Stelle aussieht aber wenn der Russe meint da würde es gehen na dann mal los. Der Ivan steigt in den Fluss und geht vorsichtig auf die andere Seite zu. Wir sehen das Wasser immer höher steigen aber höher als die Brust wird es nicht und nach einiger Zeit hat er die knapp 150 Meter breite Stelle überquert. Also versuchen wir es mit unseren Fahrzeugen auch. Besatzung Wilfurt soll als erste rüber. Der Kommandant hat Bedenken und lässt alle bis auf den Fahrer aussteigen. Nun kommt es drauf an. Vorsichtig schiebt sich der Panzer in den Fluss. Am Heck haben wir ein Stahlseil befestigt man kann ja nie wissen. Nach knapp 60 Metern knallt es auch schon und der Panzer im Fluss wird wie von einer gigantischen Faust angehoben und durchgeschüttelt. Qualmend steht er im Fluss. War das Beschuss oder eine Fliegerbombe? Eine Mine im Fluss ruft einer. Wo ist der Russe der uns die Stelle gezeigt hat? Ist wohl getürmt der Mistkerl. Angestrengt starren wir auf die andere Seite und sehen wie der Russe Reiß ausnimmt. Oberfeldwirbel Wildfurt schnappt sich ein Karabiner und nach dem dritten Schuss hat er den Fliehenden erledigt. Kann man schon verstehen dass er sauer ist. Aber vielleicht wusste der Russe auch nichts von der Mine? Wir springen in den Fluss und versuchen zu dem Panzer zu kommen. Hoffentlich sind es nur Panzerminen in dem Fluss die uns nicht gefährlich werden können. Als wir am Panzer ankommen schauen wir in die Fahrerluke. Der Fahrer ist nur noch zur Hälfte im Panzer. Der ganze Unterleib abgerissen denn die Mine ist direkt unter der linken Vorderkette hochgegangen. Was für eine Schweinerei. Am Stahlseil gelangen wir zurück auf die andere Seite. Der Kommandant von dem im Fluss stehenden Panzer flucht wie ein Rohrspatz. Panzer im Eimer und der Fahrer tot. Mit vereinten Kräften der Zugmaschinen wird der Panzer wieder aus dem Fluss gezogen und wir schauen uns den Schaden genauer an. Den kriegt die Instandsitzungsstaffel nicht mehr hin. Die Reste des Fahrers werden aus dem Panzer geborgen und wir warten auf die Pioniere. Die sollen die Furt nun räumen. Am Abend setzen wir endlich über aber der Preis war hoch. Teil 5 Ostfront Heeresgruppe Mitte 1.9. 1941 Unser Panzer steht mal wieder in der Inst Ketten vor Gelege gebrochen und die langen Landmärsche nagen an dem Material. Wir hoffen endlich auf eine stärkere Kanone für unseren Panzer. Da man mit der 3,7 cm auch nur anschlopfen kann. Fünf Tage soll es dauern und wir machen uns im Regiment nützlich. Unser Kommandant übernimmt einen Panzer bei dem es Ausfälle gab. Unser Funker geht für ein paar Tage zum Stab und mich möchte mein Freund Willi als Schütze im PSW haben. Mein Feld will bestimmt zu und ich gehe ein paar Tage mit den Aufquerern an die Front. Schnell sind die Dinge aber wenig Panzerung. Die 2cm Kampfwagenkanone beeindruckt mich nicht unbedingt und ich hoffe wir geraten in keinen Packriegel oder an ein T-34 Nest. Im Morgengrauen geht es auch schon los. Mit normaler über Landgeschwindigkeit tasten wir uns vor. Das Ziel liegt 15 Kilometer voraus an einem Ort mit einer Bahnlinie und einem Bahnhof. Wir sollen vorfühlen ob der Russe dort sitzt und wenn ja wie stark er ist. Ein zweiter Wagen fährt 500 Meter quer ab und gibt uns etwas Deckung. Bahngleise kommen in Sicht und es scheint als ob die Schienen auf einem Bahnlanden führten. Tatsächlich erhebt sich links von uns ein Damm der immer höher wird. Sicherlich um die Gelände Unebenheiten zu überbrücken die für unseren Spähwagen noch kein Problem sind. Kein Russe zu sehen aber wenig Deckung hier. Kaum Wald und wenig Büsche hinter denen er sich verstecken könnte. Wir stoppen und werfen einen Blick auf die Karte. Noch 4km bis zum Ziel und bis dahin ist nichts zu sehen. Wir überlegen ob wir mal über den Bahndampf fahren und einen Blick auf die andere Seite zu werfen. Das ist dem Oberfeldwebel doch zu riskant und er nimmt mich zu Fuß mit zum Damm. Vorsichtig schauen wir drüber. Richtung Osten nichts zu sehen außer die Ortschaft am Horizont. Als wir Richtung Westen schauen wird mir mulmig in der Magengrube. In 500 Meter Entfernung stehen 3 dicke Jungs. Sieht nach KW2 aus. Langsam aber gefährlich. Kaum zu knacken aber eine dicke Kanone. Die stehen eng am Bahndamm und scheinen betankt zu werden. Im Fernglas sieht man die Besatzung und ein paar weitere Soldaten hektisch hin und her laufen. Ich denke nicht das die uns gesehen haben oder dass sie uns gehört haben. Der zweite PSW steht schon in der Nähe und die Kommandanten beratschlagen sich was zu tun ist. Wir haben keine Packe in der Nähe und die Luftwaffe ist anderweitig gebunden. Also hilft nur ran an den Feind und das Überraschungsmoment ausnutzen. Gesagt getan. Wir laden alle fertig und bereiten uns auf einen schneidigen Angriff von hinten vor. Mit einem Ruck geht es los und die beiden PSW schießen über den Bahnhum auf die KWs zu. Nicht zu früh feuern wir wollen schon was treffen oder wenigstens Verwirrung stiften. 300m, 200m, 150m der Feuerbefehl kommt und die 2cm Kanone bellt los. Bei der Geschwindigkeit ist das genaue Zielen sehr schwer aber ich halte dazwischen und treffe Panzer, Benzinfässer und Russen. Der zweite PSW hat das Feuer ebenfalls eröffnet und ein Inferno aus Geschoss und Explosionen entsteht vor unseren Augen. Bei 50m drehen wir nach rechts ab und feuern weiter. Zwei Panzer brennen das hat gesessen. Ich sehe wie der KW der am weitesten nach Westen steht tatsächlich anfährt und sich dreht. Ich gebe das an den Fahrer weiter und er zieht eine enge Kurve um aus dem Feuerbereich der riesen Kanone zu kommen. Der zweite PSW bricht links weg und versucht über den Bahndamm zu entkommen. Da knallt es auch schon und eine Granate zischt an uns vorbei. Schnell fahren wir in Richtung Bahndamm an die Stelle wo wir rüber gekommen sind. Bei der Überfahrt kann ich noch erkennen wie der Russe seinen Panzer den Bahndamm rauf schiebt. Gut für uns denn in dem Winkel kann er nicht feuern. Wie der Teufel rasen wir Richtung Westen, der andere PSW ist schon fast an der Baumreihe und in Sicherheit. Ich drehe den Turm nach hinten und schaue was passiert. Der Koloss schiebt sich über den Bahndamm bleibt aber oben nicht stehen sondern fährt auf der anderen Seite wieder runter. Glück für uns denn da kann er auch nicht schießen bevor er nicht unten ist. Der Fahrer schreit das 300 Meter vor uns zwei Bauernhäuser stehen und er dahinter in Deckung fahren will. Der Kommandant gibt grünes Licht und wir rasen hinter die Häuser. Kurz danach schlägt eine Granate in das Haus ein. Wir springen aus dem Wagen und wollen in den nächsten Graben hechten. Ich falle vom SPW und ein lauter Knack ist zu hören. Das war wohl die rechte Hand, egal weiter geht es. Ich krieche an die Hausecke und schaue durchs Fernglas. Langsam kommt der Panzer auf uns zu. Ich hoffe wir kriegen bald Unterstützung sonst kommen wir hier nicht mehr weg. Der Feldwebel hat die Lage durchgegeben und wir hoffen auf die schweren Feldhaubitzen. Da rauscht es auch schon und die Ari hält drauf. Scheinbar sind die Jungs von der Schießbude doch auf Zack. Die Erdfontänen spritzen auf und der Panzer verschwindet in Rauch und Qualm. Doch scheinbar reicht das nicht. Unaufhaltsam kommt er weiter auf uns zu. Die nächste Lage rauscht ran und die Einschläge liegen dicht beim Panzer. Aber auch bei uns. 400m noch. Dann einer oder auch zwei Volltreffer. Die Kette ist ab und der Panzer steht qualmend auf dem Feld. Ruhig bleiben. Kurze Zeit später klettern zwei Russen aus dem Panzer und laufen zum Bahndamm. Glück gehabt das war schon knapp. Der andere PSW kommt mit zwei Schützenpanzer nach vorne um den Bereich zu säubern. Wir verlegen zurück und Willi fährt mich zum Hauptverbandsplatz. Schöner Mist. Hand gebrochen. Da wird mein Chef nicht glücklich sein. Tagebuch Ostfront Heeresgruppe Mitte 8. September 1941. Mit der gebrochenen Hand ist an einen Einsatz im Panzer nicht zu denken. Zwei Wochen leichter Dienst im Stabszug ist auch mal nicht so schlimm. Ich hoffe nur mein Panzer kriegt nicht einen vom Russen mit. Momentan liegt der Ivan überall mit seinen Feldgeschützen rum und feuert aus Schweigestellung in vorüberfahrende Panzer. Wenn die richtig treffen dann kann das schon mal durchgehen und schlimm enden. Vor zwei Tagen mussten wir antreten und mir wurde zusammen mit ein paar anderen Kameraden das eiserne Kreuz verliehen. Natürlich die zweite Klasse aber ich habe mich schon sehr gefreut. Das gab es dann für die beiden KV die wir mit unserem PSW ausgeschaltet haben. Der Kommandant der Panzeraufklärer hat das EK1 bekommen. Der hatte auch noch ein paar tollkühne Dinger gedreht. Schneidiger Bursche meinte Willi. Er fährt gerne mit dem Kameraden. Am Abend gab es da noch ein wenig Schnaps auf die Auszeichnung. Stabsdienst ist doch gut. Die nächsten Tage waren durch Vormarsch und die Kämpfe im Bereich geprägt. Das geht richtig zur Sache und der Russe schmeißt alles nach vorn was er hat. Scheinbar ist dem Ivan Mensch und Material vollkommen gleich. Die lassen sich lieber tot schießen als sich zu ergeben. Es wird auch immer mehr das den Granadieren in den Rücken geschossen wird. Die Russen stellen sich tot und dann plötzlich haben die das Gewehr und schießen auf unsere Soldaten wenn die vorbeimarschiert sind. Das haben mir ein paar leicht verwundete Lanza erzählt die ich auf dem HVP getroffen habe. Nun kriegt jeder Russe noch einen zur Sicherheit verpasst. Man kann ja nie wissen. Langsam machen uns auch die T-34 Sorgen. Das haben wir so nicht erwartet. Gute Panzerung, gutes Geschütz und Mobilität durch die breiten Ketten. Also eine ausgewogene Angelegenheit und für unsere Panzer 2 und 3 nicht so einfach. Glücklicherweise haben die von der anderen Feldpostnummer keinen Funk und sind wirklich schlecht ausgebildet. Man hat das Gefühl die haben ein Angriffsziel und fahren einfach drauf los. Vor ein paar Tagen sind vier T-34 durch unsere Panzerspitze durch und anstatt dort weiter zu kämpfen fuhren die immer weiter ohne nach rechts und links zu schauen. Eine eilig herangeschaffte Flak Einheit 8-8er hat die dann aus der Flanke gepackt und innerhalb von 5 Minuten abgeschossen. Die hatten keine Chance bei dem Kaliber. Einfach die Türme abgerissen. Zwei Überlebende wurden befragt und gaben nur an den Auftrag gehabt zu haben bis zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Komisch. Die Tage ziehen sich dahin und meine Hand wird langsam wieder nutzbar. Ich bekomme den Auftrag mit dem Gefreiten der Schreibstube zurück zum Regimentsgefechtstand zu fahren um wichtige Papiere abzuholen. Unsere Vormarschwege strecken sich und wir müssen aufpassen wo wir längs sausen. Mit einer BMW geht es zurück, ich im Beiwagen und der Gefreite Hübner fährt. Lustiger Knabe trotz des Krieges und wir haben viel zu lachen. Wir müssen durch ein Wallstück durch und ich hoffe dass es hier keine Partisanen sind. Bitten im Wald finden wir einen Kübelwagen der quer auf der Straße steht. Ich nehme die MP an mich und langsam nähern wir uns dem Wagen. Zwei Soldaten im Wagen die ordentlich was abgekriegt haben. Der Leutnant ist tot und der Feldwebel der atmet noch. Verdammt die Russen sind sicherlich noch da. Wir machen den Motor aus und lauschen. Da kracht es auch schon und eine Kugel pfeift an meinem Kopf vorbei. Hübner zieht den Feldwebel aus dem Wagen und versucht die Blutungen zu stoppen. Ich ziehe mit der MP in den Wald und lasse eine Salbe los. Geduckt renne ich ein Stück ins Unterholz und bleibe wieder stehen. Augen zu nur lauschen. Da knackt es auch schon und ich kann die Richtung feststellen. Noch eine Salbe und im Zickzack laufe ich auf die Stille zu. Werfe mich hinter einen Baumstamm und schon schlagen die Kugeln in das Holz ein. Ich lade nach. Dann rolle ich zur Seite und sehe Hübner mit dem Gewehr und zwei Handgranaten auf mich zukriechen. Wieder Schüsse und das war schon sehr nah. Wir ziehen unsere Stielhandgranaten ab und werfen. Eine Explosion dann noch eine und Schmerzenschreie sind zu hören. Nun ran an den Feind. Wir springen auf und laufen los. In einer Senke liegen zwei Mann schwer verwundet und durchs Unterholz türmt eine dritte Person. Hübner nimmt sein Gewehr und schießt. Die Person geht zu Boden. Im Augenwinkel sehe ich die Verletzten irgendwas hochheben. Ich drehe mich kurz um und erlehre mein Magazin in die Richtung. Nun sind auch die beiden hin. Sehen aus wie Bauern. Aber bewaffnet mit Gewehr und Pistole. Partisan also. Schweinerei. Wir nehmen die Waffen mit und schauen nach dem Dritten. Im Dickicht finden wir eine Frau die blutend auf der Erde liegt. Kurz wieder nachgeladen und dann will Hübner sie auch schon umdrehen. Ich halte ihn davon ab. Wer weiß ob die noch eine Pistole hat. Auf Russisch sagt Hübner sie solle sich umdrehen. Sie stützt sich ab und drückt sich langsam hoch. Der Schuss ging wohl durch die Schulter und es fällt ihr nicht leicht sich zu bewegen. In einer Hand hält sie ein Messer und ich zeige ihr an sie soll es fallen lassen. Ich schaue ihr in die Augen und sehe nichts als Hass. Die Zeit verrinnt in Zeitlupe und ich merke wie sie sich anspannt um mich anzugreifen. Drei Schritte entfernt ist sie noch. Zwei Schritte da ziehe ich den Abzug durch und schieße eine Gabel in den Oberkörper. Sie wird nach hinten gerissen und das Blut spritzt in alle Richtungen. Die hatte ihre Chance. Wir sammeln noch das Messer ein und gehen zurück zum Waldweg. Der Oberfeldwebel wird kurzerhand in den Ballwagen gelegt und Hübner braust los. Ich bleibe bei dem Kübel bis Verstärkung kommt. Rauchend schaue ich auf meinen Verband der Blut bespritzt ist und ich kann es kaum glauben. Jetzt müssen wir schon gegen Frauen kämpfen. Wo soll das noch enden? Verdammte Partisan. Ostfront Heeresgruppe Mitte 20. September 1941. Der Vormarsch geht voran und wir können uns nicht beklagen. Wenig Ausfälle im Regiment und der Nachschub rollt. Das Wetter wird schlechter und durch den Regen werden die Wege immer schlammiger. Ab und an müssen wir Lkw oder Geschütze herausziehen, aber alles noch machbar und schnell erledigt. Dafür bauen wir die Stahlseile am Heck schon nicht mehr ab. Unsere Erika hält gut mit und bis jetzt sind die Reparaturen auf ein Minimum beschränkt. Viel gekämpft wurde in den letzten Tagen nicht. Wenn wir irgendwo ankamen haben meist die Stukas schon alles zu Brei geschmissen und wir fahren nur noch durch die Trümmerwüste. Vor zwei Tagen beobachteten wir einen Luftkampf und einem Messerschmitt schoss drei Russenflieger ab. Einer ging qualmdicht neben unserer Vormarschroute runter. Ein paar Lanzer im Kübel rasten querfeldein in die Richtung des Wracks um sich ein Souvenir zu sichern oder um den Piloten zu bergen. Ich beobachtete das durch mein Fernglas. Die Maschine brannte schon und da fielen plötzlich Schüsse. Ein Soldat kippte zur Seite und die anderen schossen ins Cockpit. Später erfuhr ich dass der Pilot schwer verletzt war und er hat sofort auf die Deutschen geschossen bis er keine Munition mehr hatte. Der angeschossene Obergefreite hatte nur eine Fleischwunde in die Schulter bekommen. Dieser Ivan wollte wohl nicht gerettet werden. Wir kommen an eine Bunkeranlage der Russen wo heftig geschossen wird. Die Grenadiere liegen im Kreuzfeuer der Maximen MGs und kommen nicht voran. Ein Sturmgeschütz hat schon einen Ari Volltreffer abgekriegt und nun sollen wir den Angriff wieder in Schwung bringen. Mit drei Panzern rollen wir auf die Anlage zu. Drei Bunker kuppeln und der Rest wohl unter der Erde. Scheinbar aber keine schweren Waffen nur MG Feuer prasselt auf uns ein. Ich versuche die MG Luken der Bunker zu treffen. Der vierte Schuss sitzt endlich und die Granate explodiert im Kampfraum. Die Grenadiere laufen hinter uns her und stürmen die Anlage mit geballten Ladungen und Flammenwerfern. Als der letzte Abwehrturm nicht mehr schießt tasten sich die Sturmtruppen vorsichtig vor. Der Russe legt gern kleine Sprengfallen aus und da knallt es auch schon. Schreie der Verletzten sind zu hören. Nun werden keine Gefangenen gemacht. In jedes Loch wird eine Granate geworfen oder der Flammenwerfer reingehalten. Nach einigen Stunden ist nur noch der Hauptbunker übrig. Einer der Oberleutnant von uns kann Russisch und ruft in den letzten Bunker dass sie sich nun endlich ergeben sollen. Als Antwort krachen immer nur Schüsse. Da wird wohl ein Politoffizier dabei sein. Die geben niemals auf denn die wissen ja was sie erwartet. Erst wird überlegt ob man das Ding einfach sprengen soll und dann ist der Spuk vorbei. Wir warten ab was der Divisionskommandeur will. Nach einer Stunde ist er mit seinem mobilen Gefechtsstand vor Ort. Wir bieten nochmal die Kapitulation an. Nichts geschieht. Ich hole mir gerade eine Zigarette aus meiner Kiste als eine wahnsinnige Explosion und ein extrem lauter Knall alle von den Füßen holt. Der Bunker ist in die Luft geflogen aber mehr von innen als von außen. Scheinbar haben die Russen sich selbst in die Luft gejagt. Vorsichtig gehen einige Freiwillige in den Bunker. Ich gehe mit. Ein großer Haufen Menschenteile liegt überall herum und hängt an den Decken und Wänden. Alles voller Blut und ich weiß nicht was da noch so ist. Das Blut läuft tatsächlich von der Decke. Mindestens 20 oder 30 Mann waren hier noch drin. Furchtbar was man da sieht. Zwei Mann rennen wieder raus und können nicht mehr an sich halten. Mir wird auch übel aber es geht halt nicht anders. Nachdem wir alles abgesucht haben gehen wir wieder an die Luft. Das sind Dinge die man nie vergisst. Ostfront Heosgruppe Mitte 1.10.1941. Es geht noch immer gut vorwärts aber das Wetter macht einem zu schaffen. Wir sind noch einigermaßen gut geschützt im Panzer aber die Lanzer draußen sind da schon schlechter dran. Der Russe zieht sich teilweise schneller zurück als wir vorrücken können. Nur der Treibstoff hindert uns noch schneller vorzurücken da muss die Versorgung halt auch nachkommen. Die letzten Tage waren eher ruhig für uns. Wir folgen dem Führungspanzer und meist gibt es nur noch Artilleriebeschuss und kleine Scharmützel mit versprengten Russentruppen. Es bleibt auch viel Gerät einfach stehen da der Ivan keine Möglichkeit hat die Sachen zu transportieren. Immer mehr Geschütze können durch unsere Leute eingesackt werden. Um die 100 müssen es schon sein die wir nach hinten schicken. Ist zwar nicht immer das Beste vom Besten aber nutzen könnte man es doch. Über Funk wird ein Fluss gemeldet. Unsere Aufklärung war da schon wieder fleißig. Ich hoffe nur die Stucker schmeißen nicht gleich wieder die Brücken zu Klump und wir kommen nicht weiter. Aber diesmal sieht es anders aus. Es wird scheinbar schon heftig gekämpft dort vorne. Ein paar Aufklärungseinheiten sind knapp 6 Kilometer voraus und machen Rabatz. Wir hören über Funk mit und es scheint doch etwas heftiger zu werden. Die haben auch Pack am Ufer und zwei PSW sind schon im Eimer. Also Vorsicht ist geboten. Im Führungspanzer fährt ein Luftwaffenoffizier mit um die Flüger zu lenken. Aber diesmal dürfen wir nicht werfen weil die Stahlbrücke unbeschädigt bleiben muss. Also doch ran und nieder kämpfen. Die Ari schießt sich auf uns ein und Mörserfeuer liegt auch auf uns. Also fix nach vorn und das Feuer unterlaufen. Wir hören die Packabschüsse mindestens drei stehen da irgendwo rum. In Keilformation fahren wir weiter vor und müssen aufpassen dass wir nicht die eigenen Leute in den Löchern überrollen. Ich versuche Ziele auszumachen aber es ist zu viel Qualm in der Luft. Granaten zischen vorbei und plötzlich wird der Führungspanzer getroffen. Die Luken fliegen auf und drei Mann klettern raus. Der Panzer brennt und es scheint dass es nicht alle geschafft haben. Wir schieben uns vor und kriegen einen Treffer am Turm. Es knallt sehr laut aber auch hier ist nichts durchgegangen. Dafür haben wir jetzt die Packe im Visier. Der Kommandant gibt den Feuerbefehl und los geht es. Nach zwei Schuss ist die Packe Geschichte und die Besatzung tödlich getroffen. Noch ein paar Meter und wieder knallt es. Diesmal aber weiter unten. Der Fahrer Erwin ruft dass die Kette getroffen worden ist und wir festsitzen. Mittlerweile hat der Kommandant die zweite Pack gesichtet und gibt mir die Zielzuweisung. Drei Schuss und das Ding ist auch erledigt. Unser Fahrer springt raus um sich schnell den Schaden anzusehen. Er läuft nach hinten und klettert auf dem Panzer um zu berichten was passiert ist. Kugeln schlagen gegen den Panzer aber nur Infanteriewaffen. Der dritte Panzer ist an uns vorbei und geht auf die letzte Pack los. Hinter dem Panzer sind ein paar Pioniere in Deckung gegangen und wollen die Brücke nehmen. Sicherlich sind da Sprengladungen dran und das ist ein Himmelfahrtskommando. Aber die Jungs sind kaltblütig und sie stürmen los. Zu unserer Überraschung läuft Erwin mit. Der Kommandant ruft hinterher aber bei dem Lärm da hört er das nicht. Wir schießen Sperrfeuer und die Pionieren kommen bis zur Brücke. Nach kurzer Zeit werden die Sprengladungen ins Wasser geworfen. Durch die Zieloptik sehe ich immer wieder die Russen vorstürmen und im Gehfeuer zusammenbrechen. Da ist sicherlich irgendwo der Zünder für die Brücke. Wie die Fliegen fallen die braunen und ich hoffe unsere Jungs kriegen das hin. Nach unendlich langen Minuten kommen die Pioniere im Laufschritt zurück. Erwin ist auch dabei, auch wenn er nicht so fix ist wie die Lanzer. Kurz vor dem Panzer reißt es ihn herum und er fliegt in den Dreck. Verdammt den hat es erwischt. Der Kommandant schaut aus dem Turm und ruft uns dass er noch lebt. Der Funker und ich klettern im Kugelhagel heraus und greifen uns Erwin. Ein Schuss in den Rücken und ein Treffer ins Bein. Wir zehren ihn hinter uns her. Er schreit wie am Spieß und er blutet stark. Hinter unserem Panzer versuchen wir das Bein abzubinden und die Blutung im Rücken zu stillen. Blut läuft ihm aus dem Mund aber der verrückte Hund lächelt uns an. Hat dem Ivan die Brücke weggenommen. Teufelskerl. Als das Feind Feuer abeppt schleppen wir Erwin weiter nach hinten wo wir auf den Feldwebel der Pioniere treffen. Er hilft mit und wir bringen ihn zum Sunny. Der Feldwebel meint ohne Erwin hätten wir das nicht geschafft. Er hat wohl gut unterstützt wie auch immer er das gemacht hat. Später erfahren wir dass Erwin die Russen unter der Brücke mit seinem Karabiner aus den Deckungen heraus geschossen hat damit die Pioniere die Sprengladung entschärfen konnten. Erwin ist schon ein Teufelskerl ich hoffe er schafft es. Die Brücke ist nun in unserer Hand das jenseitige Uwe wird gesichert. Unser Kommandant ist natürlich sauer dass er seinen Fahrer bis auf weiteres verloren hat aber er ist auch irgendwie stolz auf Erwin. Wir bleiben beim Panzer und versuchen die Kette wieder aufzulegen. Das ist sehr mühselig aber wir kriegen es doch wieder hin. Ich muss nun erstmal den Fahrer ersetzen damit wir über die Brücke kommen. Auf der anderen Seite machen wir Rast und warten auf den Nachschub. Ostfront Heeresgruppe Mitte 14.10.1941. Ein paar Tage Ruhe hat uns allen gut getan. Von Erich haben wir nichts mehr gehört außer dass er Richtung Heimat verlegt wurde. Der Sani hat noch gesagt dass er das schon durchstehen wird. Na dann wollen wir mal das Beste hoffen. Der Kompaniechef war bei uns und hat sich von unserem Kommandanten und auch von mir nochmal alles genau erzählen lassen. Es wird gemunkelt dass sie dem Erwin für das K1 vorschlagen wollen. Na dann mal los das hat er sich verdient. Wir liegen im Bereitschaftsraum und warten auf Ersatz für unseren Fahrer. Personal ist momentan knapp und der Chef will eigentlich keinen Grünschnabel ohne Gefechtserfahrung im Panzer haben. Ein paar Tage später wird bei einem schnellen Vorstoß gepanzerter Kräfte ein Packriegel aufgesprengt. Zwölf Pack werden ausgeschaltet und zahllose Gefangene gemacht. Leider haben wir auch zwei Panzer durch Volltreffer verloren. Bei dem einen Panzer haben nur Fahrer und Funker überlebt, bei dem anderen Panzer keiner da der direkt explodiert ist. Schweinerei, laut Aussage die Grenadiere war es eine Schweigepack in der Flanke die dann unsere Wagen abgeschossen hat. Der Kommandant versucht den Fahrer für unseren Panzer zu bekommen und tatsächlich steigt er bei uns ein. Kurt heißt er und war auch schon in Polen dabei, also ein alter Hase. In den ersten Gesprächen erzählt er uns wie sie abgeschossen worden sind und seine Kameraden zerfetzt im Kampfraum lagen. Die Granate ist voll in den Turm eingedrungen und hat alles zu Muß geschlagen. Er hat Glück gehabt, dass die Wirkung nicht nach unten ging und die beiden noch rechtzeitig aus dem Kampfraum kamen. Ich mag mir das gar nicht vorstellen, dass es bei uns passiert und meine Kameraden neben mir sterben. Aber daran soll man ja nicht denken. Ein paar Tage später geht es auch schon wieder los. Ein Feldflugplatz in der Nähe der Front soll gesichert werden, da die Aufklärung mit ihren Störchen dort Truppenbewegung und Panzer gesehen haben will. Mit drei Panzern und 50 Grenadieren verlegen wir in die Richtung. Dort stehen U87 und May 109 um den Erdtruppen den Vormarsch zu erleichtern. Scheinbar sind die Waldgebiete in der Nähe nicht richtig gesäubert worden und nun kommen wir zum Zuge. Kein gutes Panzergelände, aber wir sollen ja eh als stabile Eckpunkte in der Flugplatzsicherung fungieren. Der Geschwader Kommandore freut sich über unser Erscheinen und zeigt uns stolz seine Sicherungsmaßnahmen. Sandsackstellungen und Mg-Nester sowie 2cm Flak für die Luftabwehr und für den Erdkampf. Die können sich schon wehren, aber gegen Panzer hätten sie keine Chance. Aber dafür sind wir ja nun da. Ich denke dass die Angst vor den T34 groß ist. Die brechen einfach mal durch die Front um im Hinterland dann wilde Sau zu spielen bis der Sprit alle ist. Ist ja schon ein paar mal passiert und da konnte nur die 8.8 dazwischen halten. Wir beziehen Posten und staunen immer wieder über die Flieger die den ganzen Tag starten und landen um den Vormarsch zu erleichtern. Am Abend greifen dann die Nähmaschinen an, kleine Schlachtflugzeuge die kaum zu hören sind und dann die Bomben auf die Stellung werfen. Richten aber wenig Schaden an, da die 2cm schön in den Nachthimmel schießt. Die Leuchtspurgeschosse sehen schon beeindruckend aus und die Pflegung ist gut hier auf dem Flugplatz. Nach zwei Tagen haben wir mit den Kameraden von der Luftwaffe schon erste Freundschaften geschlossen. Als gerade der Spieß rumfährt und das Mittagessen bringt hören wir am rechten Rand des Flugplatzes Gefechtslärm. Also rein in den Panzer, nur der Kommandant steht im Turm mit Fernglast vor den Augen. Er ruft uns zu, dass die Russen angreifen. Scheint aber nur Infanterie zu sein. Kurz Zeit später fliegt eine Flakstellung in die Luft und der Abschuss einer Panzerkanone war zu hören. Schon rollen die ersten T-34 in voller Fahrt auf den Feldflugplatz. Die Flak schießt quer über den Platz Sperrfeuer aber die Panzerung ist dort zu stark. Wir drehen den Turm und ich bekomme die Feuerfreigabe für den vorderen T-34. Abschuss und zu weit vorgehalten. Das hat er gar nicht gemerkt und fährt normal weiter. Der zweite Panzer hat uns entdeckt und dreht den Turm. Ohne weitere Ansprache richte ich neu aus. Der Ladeschütze meldet fertig und ich ziehe ab. Treffer im Laufwerk. Noch ein paar Meter und der Russe steht. Trotzdem zielt er noch auf uns. Nächste Granate rein und wieder ein Treffer. Schlug wohl auch nicht durch. Gleich noch die dritte hinterher diesmal in den Heckbereich und endlich brennt der T-34. Der vordere Panzer hat es nun doch mitbekommen und dreht auf uns ein. Er kommt in voller Fahrt auf uns zu. Besser zu uns als zu den Flugzeugen. Über Funk hören wir das unser zweiter Panzer rangekommen ist und das Feuer auch eröffnet. Zusammen mit den 2cm geschossen hagelt es auf den T-34 ein. Er kriegt noch zwei Schüsse raus aber in voller Fahrt ist es nicht so leicht überhaupt etwas zu treffen. Der Panzer steht und zwei Russen springen raus. Die kommen nicht weit und werden von der Flak quasi zerrissen. Der Spuk ist vorbei. Knapp 70 Russen tot und 20 Gefangene. Zwei Panzer erwischt ohne Verluste bei uns. Die Luftwaffenleute haben dann doch 2 Ju 87 verloren und 12 Mann der Bodentruppe sind tot. Noch weitere zwei Tage und wir werden herausgelöst. Die Front ist wieder in Bewegung und nun werden wohl keine Angriffe mehr kommen. Die Pioniere haben den Anfahrtsweg der T-34 jetzt vermint da kommt auch keiner mehr längs. Wir folgen unserem Regiment und merken das es nun immer kälter wird. das web-werkt wird. Ó Bitwirkus